Alter. Das war die Bart, Alter. Ist voll alt. Kannst du mich sehen? Na, warte kurz. Und er hat meine... ...Einstellungen nicht übernommen. Eine Sekunde. Willst du fliegen? Ja, das kann ich machen. Ja, dann flieg du erstmal. Dann muss ich gleich meine Einstellungen umändern. Anscheinend gelten die für DayZ Origins nicht. Ist ja voll die Scheiße. Jo. Hast du den Nachtpuff gesetzt? Mhm. Gut. Dann zähle ich meine Einstellungen schon mal um. Controls. Vehicle Aircraft Controls. Alter. Ja, hier drin müssen wir auf jeden Fall landen. Und er hat meine Einstellungen auch nicht übernommen. Aber ist nicht schlimm. Ich hab halt zum Glück hier... ...weiß ich alle Tasten, ja. Gut. Na, ist ja mein Hubschrauber, Alter. Wie fett ist das denn? Da schießt wer. So. Ja? Ja, da hat wer geschossen. Ich laufe schnell. Ich hab da wegen 10, glaub ich. Wo denn? Ich weiß es nicht. Warum... Wie viele Player sind hier drauf? Das kann gar nicht sein, dass die ausrechnet hier... Zwei bestimmt der Logitech, der ähm... Ich knall die Zombies ruhig ab. Ne, ich knall hier keinen ab. Ich muss jetzt nicht noch mehr Aufmerksamkeit darüber haben. Oder? Siehste? Hörste? Bist du uns, oder? Da waren Schüsse. Hast du gehört? Quasi, ähm... In Richtung des Helis, so halb links. Also hier, da. Jetzt hab ich diesen Bug. Wenn ich nach links laufen muss, muss ich mal Alltag. Bleib mal in Bewegung, dass wenn ich abgeknallt bin, dass du... ähm... nur noch schnell in den Hubschrauber einsteigen kannst. Also... Nicht hinsetzen, sondern immer in Bewegung bleiben. Was kann ich jetzt machen, Peter? Rück Alltap! Ja, ne, ne. Schreck jetzt mal den Heli ein. Nein! Dann kann dich doch jeder rausschießen, Alter! Hast du dann ein eingezielter Headshot? Einer von uns muss immer in Bewegung bleiben, damit... Ich hab das doch nur gemacht, damit dieser Bug aufhört, Mann. Achso. Ist er weg? Ja. Okay. Jetzt musst du immer in Bewegung bleiben, nicht stehen bleiben, damit wir dir kein Headshot verpassen können. Die Zombies sind unsere Mauer hier. Gibt's nur die vierte Jerican noch? Nee. Nee. Lass mal drauf. Nee, gebt mir mal die vierte Jerican. Ich will mal in den Hubschrauber ran. Dann kann ich alle vier auf einmal. Ich komm nicht hier zu... hier. Ah doch jetzt. Da ist drin. Ja. Okay. Ja. 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 Wie? Da ist drin. Das ist drin. Oh my god. Das ist drin. Oh yeah. Das ist drin. Das hat an dem Auto 4 Funktionen. das ist auch erst mal egal dass ich auch den piloten wissen konnte wie viel das noch was gekickt script restriction muss ich jetzt hier scheiße aufpassen dass ich eine spielfigur ist steht noch hier ja klar die die hat jetzt diesen hessler auch mann ist bestimmt gekillt alter das faktor so ab wenn er noch was schließt genau unter dem roter zum lück ist nicht irgendwo jetzt bis deine spielfigur weg draußen so scheiße haben wir es aggressiv um die ladeweilten der unterste strich ist schon mal voll wir sind schon im grünen bereich wir können gleich zumindest schnell weg fliegen und du bist du schon im zweiten ladebanken das ist so gut wie rum hätte ich besser gesagt das hängt ja bei 3 viertel äh hätt ich besser gesagt das hängt ja bei 3 viertel der erste lade aber den zeig ich weiter bestimmt ja das und ich habe gerade außerdem spät das rad gedrückt und dann habe ich gewissen reise gewächter wir waren tausend jetzt bin ich im zweiten ladebanken wie cool dass man einfach dann vorbeilaufen kann und das machen kann dann mache ich es nicht mehr so gut so gut das ist für uns los ja ja es ist Fast die Hälfte Ja bei mir ist die Opa Ich kann es halt schon anleihen werden Setup kommt hier Ja Bin ich doch wieder Bist du drin? Ich bin wieder hier Nein Ich hör die Hedis wieder kommen Vielleicht haben die uns ja angegriffen Ne ne Uns hat auch keiner angegriffen Ich hab Schüsse gehört Makarov oder so Ja Wir fliegen wieder hier rum Ja 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 So Stundenlanges auftanken Hier mal wieder Wollte ich das mit dem Autorefuel mal ausprobieren Aber das ist voll gefährlich Weil wir den dann quasi da drauf setzen müssen Nicht da drauf sein In die Nähe quasi weißt du Ich weiß halt nicht was man drücken muss für Autorefuel Wir sind sowieso fast voll Guck mal rein bis ich auf dem Pilotensitz Ja Wann ist die Hälfte? Das war doch noch nicht so voll Ja geil Eigentlich reicht die Hälfte ja schon Ich wollte eigentlich die andere Insel auch erstmal komplett überfliegen Damit wir schon mal gucken können Wo werden wir Haus hinsetzen Ich denke das ist unser nächster Plan oder? Ja es ist bloß erstmal Bandit oder Hero werden Ich würd sagen wir Kämpfen uns erstmal so durch Ohne jetzt große Pläne zu schmieden Also ist jetzt mein Vorschlag Wir wahren unser Staff erstmal beim Heli auf Und gucken dass wir irgendwelche Leute Killen können um Bandit zu werden Oder uns gegenseitig zu helfen Damit wir Hero werden Was muss man machen um Hero zu werden? Hm was Keine Ahnung irgendwas Überaus um Zombies killen und Bloodpacks und so geben Aber ich bin schon Hero glaube ich Ich hab nämlich so einen goldenen Adler Ich hab 38 Zombies gekillt Geh mal auf mich Ich hab den Sniper Terracotta Aber ich hab schon so einen kleinen Adler Wahrscheinlich muss er es nur noch genug Bloodpacks geben und so Und dann müsste Ich bin mir aber nicht sicher Müssen wir gleich mal googeln wie das aussieht Boah dann ist das gefährlich hier Ich hab mich jetzt schon richtig aufgeschlagen aber ich blute immer noch nicht Ich hab mega Durst Schon wieder Ich hab's gehört Hast du nichts mehr zu trinken oder was? Doch doch Aber nicht im Inventar weil ich ja Ich hab mal Ich hab mal bitte was zu trinken in das Geh vom Hufschrauber Ne hab ich doch nicht Sorry Okay hab ich Okay hab ich Ja okay Lauf Schlampe lauf Zwar ein bisschen aggressiv Zwar ein bisschen aggressiv Zwar ein bisschen aggressiv Ich hab mich